es muss noch nicht sein jetzt scheiße zu gewinnen so willkommen zu einer weiteren folge von apple legends diesmal selbst am start vergesse ist wie das wir werden und spaß du hast du hast dich so quasi so gesteppt bewegt aber es gibt wirklich mal ein selber haus rein war so das kann es nicht sein dass jedes mal verlies wenn so zwei leute draufgehen er ist wirklich so also immer wenn ich weiter sind immer mehr ist niemals eine das ist ein spät feuer ich habe ihn gelaufen er ist ihnen vorbeigelaufen Ist es hier? Ja. Lol. Ah, easy. Wuh! Nicht so easy. Granate? Alter! Wo seid ihr denn? Wo läuft? Und ich habe einen Kill bekommen oder was? Ja. Eingedownt, weißt du? Und noch ein gekillter am Ende. Und ich krieg einen scheiß Kill. Ja. Apex. Klassiker Apex, Alter. Das hätte ich so aufnehmen müssen, Mann. Weiter gerade. Ach, du machst noch weiter, achso. Ich habe aufgehört und dann hast du deinen Fake-Apps angefangen wieder. Ah. Ich habe doch mal ein Gameplay mal gezeigt. Ein schlechtes Cup Gameplay. Ich weiß das. Wo sitzen die denn? Hockt die unten oder was? Ja, ja, die locken irgendwie ganz unten an der Straße, Alter. Aber zwei Dauner. Zwei Daunen. Im Haus Hockenson. Also ich wäre der Zweite, ne? Ich weiß nicht, was der Maid macht, aber... Rechts irgendwo? Unten mir, unter mir. Ja, da. Alter, was? Was für ein Aim. Oh, das sind zwei. Pass auf, pass auf, pass auf. Das waren ein paar. Das waren ein paar mehr. Nein, nein. Boah, die wollen echt alles drauf, ich zu tauben. Eee, und vorbei. Schade. Ja, den einen habe ich wenigstens getroffen, aber die anderen nicht. Ja, hunderte Hits sogar dabei gewesen. Ein stabiles Aim, aber leider nicht gut genug. Äh, das ist mal ganz zehnmal nicht voll genug. Ja. Go, 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 go. Aber ein selbe Haus, okay? Ein selbe Haus, jetzt. Naja, ein selbe Haus. Gut. Welches Haus? Ja, ein selbe. Haha. Ah. Hm, was denn? Ich bin jeweils an, wenn wir uns alles gegenseitig weglauern, ist schön. Äh. Er traf eins. Also nicht dein Ernst. Ah, R99, cool. Wollen wir tauschen? Was hast du noch mal? 1,99. Ja, gern. Im Haus jetzt. Okay. Ist oben. Okay. Alles klar. Gehst du vor? Mit. Äh, ja. War hier, ja, hat die Tür wieder zu immer. Geh wieder runter. Oh, hinten auch noch hin. Hinten und hinter uns hinter uns hinter uns. Da in der Richtung ist auch noch einer. Dann hab ich grad den Mate-Good-A-Dar-Dar-Dar-Dar-Dar-Dar-Dar-Dar-Dar-Dar-Dar-Dar-Dar-Dar-Dar-Dar. Der Geist wurde ausgelöst. Im, im Haus drin. Im Haus. Oh, ja. Aber stark im Haus, Alter. Ja. Achter kommt hinten raus, wahrscheinlich gleich. Alter, das Aim ist ja, weil der Tod ist kacke. Wollen wir ihn jetzt noch langsam töten, oder eher nicht so? Ja, nicht so. Hab ihn. Mein Gott. Was für ein Gebot, Alter. Ja, aber echt. Ich seh ihn halt nicht. Er ist reingerannt. Ah, in meinem Haus drin. Da, ja. Dann sehe ich die Gaswolken, wie das hochgeht. Was für ein Noob. Ist eine direkt hinter der Mauer. Okay. Ist echt schlecht, einer noch? Doch, eine hinter der Mauer. Ja, hab's gemerkt. Absehen. Okay. Hast du das Kraftteil von dir kaputt gemacht? Da kommt noch ein Run-Up hinter euch, hinter euch. Ja, ja, ja. Nur ein Squad. Slow. Also das Schild fast weg. Ja. Kein Munition mehr? Er schockt nicht vor mich. Hat er eine Schock dann wieder, ne? Ja. Hallo da. Was ist weg, oder? Ach, scheiße. Da hat einer. Durch Fenster durch. Noch einer, Alter. Durch Fenster. Ja, echt heil, ne? Mhm, mach euch. Was fertig? Ja. Oh, Joama. Ich rene gerade in die Richtung, bis ich verhafen. Als ob das wieder nicht reicht, aber... Ja, er Finish möchte jetzt. Ja, war klar. Aber es kann doch nicht sein, Alter. Fünf Leute genockt, Alter. Und dann, das. Irgendwann selber, weißt du? Eines Quats? Oder eins? zweist kurz erledigt und dann kommt auch wieder ein drittes alter ja wie immer ich hab wieder so ne scheisse heimauken ui 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 männerkanschild schoss mal an alter junge was findest du denn an du glück kann man haben also was da muss man los sprachen lernen